Was geht von in der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Kacke übersetzte Filmtitel! Wenn man englische Filmtitel einfach eins zu eins ins Deutsche übersetzt, dann hören sie sich total bescheuert an. The Wolf of Wall Street Der Wolf der Wandstraße Der Wolf der Wandstraße Den Film brauche ich, Alter! Ich finde es noch sinnloser, wenn sie englische Filmtitel einen neuen englischen Namen für den deutschen Markt geben. Warum? Das ist so bescheuert, wie wenn es bescheuert wäre. Biegen Sie rechts ab! Silent Hill Oh, jetzt. Ruhiger Hügel Na, so ruhig war es dort aber nicht! Wieso ruhiger Hügel? Hä, das ist so bescheuert! So ruhig war es da doch gar nicht! Shutter Island Okay Jalousieninsel Ernsthaft? Perfekt! Shining Glänzend Ja gut, das ist bestimmt ein geiler Film Dawn of the Dead Morgendämmerung der Toten Das ist doch ein schöner Film! Mad Max Fury Road Verrückter Max Gutstraße Was?! Genau! Perfekt! Man hätte es nicht anders beschreiben können, diesen Film! Million Dollar Baby 844.202 Euro und 45 Cent, Säugling The Wie kommt man auf diese Übersetzung? Fall Herbst Rocky Ja, es ist aber wirklich wahr! Na gut, den hätten wir wirklich so übersetzen können, kann ich mir vorstellen! Steinig Looper Raupe Was?! Scheiße, das heißt wirklich Raupe! Brokeback Mountain Zerbrochener Rückenberg Zerbrochener Boah! Zerbrochener Rückenberg! Mann, da müssen wir schon ein Video ums Lemmy kommen sein! Pulp Fiction Brei Literatur Ja, den Film möchte ich unbedingt sehen, Mann! Edge of Tomorrow Der war mega geil! Kante von Morgen Kante von Morgen Na gut, ist das, ist das, ja, kann man so mitnehmen! Nicht von gestern, sondern von morgen! Iron Man Bügeleisenmann Na genau! Predator Jäger Terminator Was?! Abschlusswiderstand Haha, genau! Hahaha! Steht euch mal vor, du sagst zu deinen Kumpels, heute gehe ich ins Kino, was guckst du? Den neuen Anschlusswiderstand! Hahaha! Äh, Abschlusswiderstand! Hahaha! Das wär geil! Aber jetzt hab ich wenigstens was gelernt! Perfekt! Hahaha! Das war ein geiles Video! Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir und die sind verabschiedigt und bin damit krass! Sprecher 1 H 1 2 3 Bis zum nächsten Mal.